Deine wöchentliche Dosis Entertainment geht weiter. Das könnte jetzt alles schief gehen. Und lust auf, was cool ist. Da ist er! Lust auf! Lucifer! So nennen Sie ihn. Was heißt es? Sehen Sie, es wird er machen. Ja, das ist es. Dieser Mittwoch haut dich um mit Limitless. Morgen ab 20.15 Uhr und im Anschluss die neue Serie Lucifer Pro 7. So nennen Sie ihn.